Nerz. Autor de Seltsamkenzi. Die Filmaufnahmen wurden in Rasche gedreht. Als Nerz werden zwei Raubtierarten aus der Familie der Marder, Mustelide, bezeichnet. Europäischer Nerz, Mustelalodriola. Amerikanischer Nerz oder Mink, Neovisonvison. Beides sind semi-aquatische, teilweise im Wasser lebende, Tiere, die durch ihr dichtes, wasserabweisendes Fell charakterisiert sind. Wegen dieses Felles wurden sie intensiv bejagt, der amerikanische, nicht aber der europäische, Nerz wird deswegen auch in Pelzfarmen gezüchtet. Als Gefangenschaftsflüchtling ist der amerikanische Nerz mittlerweile auch in Europa verbreitet und hat den europäischen Nerz weitgehend verdrängt. Die Nerze sind keine systematische Gruppe. Der amerikanische Nerz und der im 19. Jahrhundert ausgerottete Seenerz bilden eine eigene Gattung Neovison, während der europäische Nerz zusammen mit den Eltissen und Wiseln in die Gattung Mustela gezählt werden. Eine Art, das Feuerwiesel, wird manchmal auch als sibirischer Nerz bezeichnet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020